Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. In der letzten Folge sind wir hierher nach Jerusalem. Sind wir in Jerusalem? Ich glaube schon. Ich glaube wir sind zurück nach Jerusalem gekehrt, um Roberto de Sable oder Robert de Sable eine Lektion zu erteilen. Dafür müssen wir aber wieder allerlei Missionen erfüllen und unter anderem auch, ja es tut mir leid. Wir müssen auch wieder ein paar Aussichtspunkte erklimmen. Und zwar im Bürgerviertel von Jerusalem. Ich hoffe es ist Jerusalem, sonst mache ich mich nämlich wieder total zum Affen. Das wäre natürlich nicht lustig. Ähm, Nachforschung, aber hier muss doch... Ja klar, da steht doch Jerusalem. Bam, gegen Kopfhauen. So, wir haben zwei von sechs Nachforschungen komplett, das heißt wir müssen diesmal, ähm, sogar... Ne, müssen wir nicht, wir müssen drei Nachforschungen beenden. Okay, würde ich mal sagen, wir markieren uns hier mal den Aussichtspunkt und brettern dorthin. Damit wir mal hier einen Anfang kriegen. Ähm, ich habe jetzt schon lang nicht mehr gespielt, kann man sagen. Fast eine Woche oder über eine Woche sogar. Habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen gehabt, weil ich hatte... Ups, äh, neun Folgen oder zehn Folgen sogar schon im Voraus aufgenommen. Hallöchen, Braco! Und, ähm... Ja, von daher habe ich da jetzt schon lange, lange nicht mehr aufgenommen. Äh, aber gut, das dürfte eigentlich... Kein Problem sein. Was? Bin doch gerade erst wiedergekommen. Mann. Komm, das schaffst du! Epic Jump! So, wo ist denn der Aussichtspunkt? Da hinten. Das ist der doch, ne? Das sehe ich dort richtig hoch. Yeah! Aber... da so. Was? Ach, da unten ist wieder so ein Bürger retten. Ihr habt ja gesagt, ich soll mehr Bürger retten. Das machen wir gleich mal, sobald wir den Aussichtspunkt haben. Wat? Was willst du denn? Hast du ein Problem mit mir? Gib dir! Nein, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Scheiße! Oh. Das ging ja schnell. Scheiße. Okay, wir switchern mal ab. Das ging jetzt ein bisschen schneller als erwartet. Was? Wir werden... Wieso werden wir denn gesucht? Hallo? Die haben uns doch gar nicht gesehen. Penis! Na. Ich glaube, ich hüpfe mal schnell in dieses... in dieses Dings hier. Wieso haben die uns jetzt gesucht? Das war doch wieder alles in Ordnung da oben. Wieso hat der da unten uns jetzt nicht angegriffen? Was für ein Noob. So. Oh. Alter Schwede, das war knapp. Den ermorden wir jetzt. Verdammt! Geht nicht. Egal. Wir hüpfen da hinten hin. Yeah! Und dann schnell nach oben. Damit man uns nicht wieder... penetrieren möchte. Mit penetrieren meine ich natürlich das Schwert einmal quer durch die Milz. Das ist nicht so toll, ne? Ist nicht... Ist nicht so... Ist nicht geil auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich war ja damals auch im mittelalterlichen Krieg dabei. Im Mittelalter. Und da habe ich... Ach, ich habe Schwerter durch den Kopf gerammt gekriegt. Aber... Ähm... Ich habe früh genug, Gott sei Dank, ähm... Ich habe Gott sei Dank früh genug, ähm... Wie heißt denn der Kerl nochmal? Boah, ich bin total verpeilt jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich einen total lustigen Witz bringen, aber... Dadurch, dass mir jetzt der Name von diesem Menschen nicht einfällt... Alter! Du Affengesicht! Warum... Ah, warum hält er sich denn nicht fest? Mann! Geht ja schon wieder gut los! Mann, ey! Pisser! Was willst du jetzt? Sterben vielleicht! Wichser! Ja, fuu, Alter! Puh! Alter, leck mich doch! Ich glaube, wir sterben! Wir sind tot! Boah, das kam jetzt so unerwartet. Und dann sind wir doch noch runtergefallen gerade, ey. Halt's Maul! Schnauze! Mann, ey, das kotzt mich voll an jetzt. Nervig. Einfach nur nervig. Wieso hat denn der sich nicht festgehalten? Der Penner? Meine Fresse, ey. Da kriegst du da echt wieder zu viel, weißt du? Kriegst da echt Black, Alter! Und viele haben ja gefragt... Ähm... Halt die Schnauze! Viele haben ja gefragt, ob Assassin's Creed 2, ob die Aufnahmen schon gestartet sind. Äh... Nö. Ich habe Assassin's Creed 1 noch nicht mehr durch. Also, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Wie Assassin's Creed 3 läuft, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin am überlegen, ob ich das... wirklich parallel zu Assassin's Creed 2 laufen lassen soll. Oder ob wir nicht einfach... Huah! Alter! Ob wir nicht einfach, ähm, Assassin's Creed 3 nach Assassin's Creed 2, huah, laufen lassen. Das... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das anstellen soll. Ähm... Da müssen wir mal überlegen. Beziehungsweise ich werde mir das mal überlegen. Weil ich will auch nicht, dass ihr euch satt seht an Assassin's Creed. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wenn ihr dann zu viel Assassin's Creed... Das ist natürlich... Insofern ganz okay, weil wir ja auch noch Battlefield haben. Beziehungsweise... Halt die Fresse jetzt! Beziehungsweise haben wir ja auch noch, äh, Battlefield 3. Und... Was haben wir noch? Battlefield 3, ja. Und dann hätten wir halt noch Assassin's Creed. So, wer will denn jetzt schon wieder auf die Fresse haben, hä? Du? Goodnight! Ähm... Wir hätten dann Assassin's Creed, Battlefield 3, Minecraft... Und, äh, Assassin's Creed 3 und halt eben Assassin's Creed 2. Das sind vier Let's Play Projekte. Gut, Battlefield kommt eher unregelmäßiger. Ähm... Aber das wären halt vier Projekte. Ah, jetzt hält er sich fest. Endlich. Und, ähm, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin da noch ein bisschen am überlegen und am tüfteln. Aber Assassin's Creed 3 möchte ich natürlich auch liebend gerne spielen. Auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Weil Assassin's Creed 3 kommt ja schon nächsten Monat. Das ist ja schon... Hiiii... Platsch. Das ist ja schon, äh, relativ zeitig. Helfen wir dem jetzt schnell? Komm, wir helfen dem. Bäh! Jetzt geht's aufs Maul, meine Freunde! Hör doch auf, den Bürger zu schlagen! Hör doch auf, den Bürger zu schlagen! Bäm! Na komm! Last Christmas, I gave you my heart! Hey! Penner! Komm mal! Du unerhörtes Ding! Du Geschöpf! Du Sohn deiner Mutter! Lecke mich! Na komm! Bam! Headshot! Sehr schön! Moin! Scheiße! Wo! Wo! Nice Conter! Jetzt aber! Ma! Also mal, das ist doch verarsche! Was ist dein Problem, mein Freund? Hm? Willst du unbedingt sterben? Wo kommst du schon wieder her? Geht zurück in ein Loch, du mieses Schwein! War das der Letzte? Ich hoffe es! Ich hoffe es auch! Riskiere ich besser nichts! Und eile heim! Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde! Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen! Seid versichert! Das vergesse ich nicht! Oder schnell hier, hier, hier rein! Hier rein! Hier rein! Ne, 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 ne! Okay! So, mal eine kleine Undertaker-Mucke hier eingespielt! So, jetzt haben wir da zwei Informanten-Missionen! Das ist ja wunderprächtig! Finde ich ja nicht so geil! Wir müssen... Wer beobachtet mich denn? Fickt euch einfach! Was ist denn jetzt los? Alter! Glück mich! Ist das wieder eine Rage-Mission, äh, Rage-Folge hier oder wat? Ab normal! Ihr habt ja gesagt, das Attentat gegen Robert de Sable wird noch erder! Sehr gespannt! Ich war ja schon bei dem anderen Attentat, na, äh, nearly am Verzweifeln! Ah, das hat ja dann am Ende doch ganz gut geklappt! Fass mich nicht an! Penner! Bam! Was willst du jetzt? Sterben am besten! Penner! Jetzt bist du dran! Schwams! So, jetzt aber weg hier! Meine Fresse! Ach, nö! Nicht schon wieder so eine Mission! Leck mich! Hau ab! Nein! So! Meine Fresse! Was da los ist! Das ist ja unfassbar! So, wir machen jetzt noch, damit wir wenigstens mal eine Mission gemacht haben, äh, wir probieren jetzt noch diese Informanten-Mission zu packen. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, aber... Naja, gut. Man hat ja immer noch Hoffnung, ne? Was? Alter! Der schon wieder! Ja, richtig. Richtig. Ja, dass sie die Stadt verlassen wollten. Findet und tötet sie. Dann werde ich euch belohnen. Eliminieren sie heimlich alle Ziele und melden sie sich wieder beim Informanten, ohne entdeckt zu werden. Alles klar. Der erste ist schon hier um die Ecke irgendwo. Oder auch nicht. Ist der oben auf dem Dach? Ich hoffe es doch mal. Und hier auch noch nach oben. Und erstmal umschauen. Da ist er. Ja! Boah, war das scheiße knapp. Leck mir doch die Puperze. So, das nächste Ziel. Ne, das ist Bürger retten. Das ist ein Ziel. Das alles sind anders Bürger retten Missionen hier. Gut, 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 gut. So, der andere ist dann wohl da drüben irgendwo. Ja, der wird ja super geklappt. Alter, geh doch nach oben einfach. Ist das einfachste, mein Freund. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, eher da drüben ist es schon mal nicht. Da kommen wir aber auch, glaube ich... Halt's Maul. Siehst schon, was du davon hast, mein Freund. Siehst du schon. Bäm! So. Darüber... Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Doch. Oh, Alter. Das war... Das Teil hab ich gerade gar nicht gesehen. Krass, krass, krass. Nein! Mann! Geht er hoch jetzt? So. Wo ist der andere? Der muss doch hier irgendwo sein. Oder bewegt er sich wieder? Oder bewegt er sich wieder? Da unten ist er. Wiii! Moin! Moin! Jetzt schnell nach oben. Schnell nach oben. Komm, 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 komm. Halt die Klappe! So, das war ganz schön gefährlich gerade. Jetzt muss ich schnell genug nur zum Templer zurück, aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Außer ich rempel jetzt hier wieder irgendjemand, dann raged wieder die ganze Stadt und alle... Boah, Alter, ich krieg immer so Akkros, wenn der schon ausholt. Ja! Malik hätte mir nie verziehen. Hier ist, was ich über Majid Adins Beerdigung weiß. Robert zu erreichen dürfte schwierig werden wegen der ganzen Wachen. Ihr solltet euch mit Gelehrten anfreunden, um euch zu nähern. Das sollte für jemanden mit euren Fähigkeiten kein Problem darstellen. Hm, ne. Nicht wirklich. Haben wir ja schon öfters mal... ...gemacht. Während des Begräbnisses unter Gelehrten untertauchen. Während des Begräbnisses unter Gelehrten untertauchen. Okay. Werden wir machen, aber erstmal... BÄM! Ihre Nachforschungen sind beendet, bla bla bla. Wollen wir ja noch gar nicht. Ich möchte ja viel lieber nochmal die Aussichtspunkte jetzt hier noch holen. Ah, jetzt sind die ja beide gleich weit entfernt. Ähm... Wir holen uns erstmal den hier unten, weil wir müssen da oben im Grunde genommen nur noch wegen den Missionen hin. Äh, und hier eigentlich ja nur für diesen einen Aussichtspunkt. Und ich glaube ja nicht, dass er da hochkommt. Ja. Dachte ich mir schon. Ja, ja. Ist gut. Wir nehmen die Leiter. Ist gut. Ist... Wir nehmen die Leiter. So. Huch, meine Güte. Hat er seinen Verstand verloren? So, wo ist denn jetzt der Punkt? Ist das... Der da hinten wahrscheinlich? Da haben wir vorhin schon mal probiert rüber zu hüppen. Das hat auch geklappt, soweit ich das äh... Mitgekriegt habe. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Aber glotz mich nicht so an. So, da unten ist wieder eine Bürgerretten-Mission. Die wollen wir ja nicht, aber... Was? Fick dich! Vulgäre Ausdrücke. So, dann hier hoch. Ach, da ist ja sogar eine Leiter. Das ist ja perfekt. Das ist ja prädestiniert dafür, dass wir hier hochklettern. Was ist das da hinten denn? Alter! Boah, das sieht ja richtig fett aus. Lass uns mal auf den Turm da hochgehen. Wo, wie krass sieht das da hinten denn bitte aus? Das hab ich gar nicht gesehen, aber das scheint das... Dieses ähm... Och nö, nicht schon wieder der Scheißvogel. Das scheint der Dings zu sein. Der ähm... Der Ort an dem, sag ich mal äh... Ne? Und so. Wo wir Robert de Sable nachher killen müssen. Schätze ich mal. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht's richtig geil aus. Ich glaube, ich weiß schon, was ich als Thumbnail nehme. Hammermäßig. Hammer, hammermäßig. So, 5 von 7 Aussichtspunkten im Bürgerviertel. So, komm, wir machen jetzt mal hier eine Live-On-Air-Thumbnail-Präsentation. Ich stell mich jetzt mal hier so hin. Ne? So. Und dann nehm ich das später mal als Thumbnail. So. Muss ich nochmal gucken, bei wie vielen Minuten das dann war. Aber das mach ich dann... Ähm... Das mach ich dann... Wenn ich eh render. Habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt, ich kann jetzt auch Thumbnails bei YouTube einstellen. Ähm... Ich bin kein YouTube-Partner. Ich hab da kein Infovideo zu gemacht. Das hätte ich vielleicht mal machen können. Ähm... Ich bin kein YouTube-Partner. Das nur ganz kurz als Information. Ähm... Ich bin einfach nur... Mittlerweile Monetarisierungspartner. Aber da möchte ich auch kurz noch was zu sagen. Ich monetarisiere. Momentan zumindest ist es keine Videos. Ich hab das einfach nur gemacht, damit ich diese Funktion bekomme. Dass man Videos auf geplant stellen kann. Ähm... Die kriegen auch welche, die nicht... NEIN! Die kriegen auch... NEIN! Die kriegen auch welche, die, ähm, sag ich mal... Ähm... Ähm... Ja... Wie soll ich sagen? Die einfach nur YouTube einen Account haben. Einen neueren. NEIN! Na gut, da gibt's doch mal einen Kampf zum Abschluss. Äh... Diese Funktion kriegen auch viele, die einfach nur sich einen neuen YouTube-Account erstellen. Äh... Das macht YouTube ein bisschen random. Und das mit den Thumbnails, das kriegen nach und nach alle YouTube-User freigeschaltet. Ähm... Und deshalb... Also du musst kein Partner dazu sein. Und ich bin kein Partner. Das wüsste ich wohl, wenn ich ein Partner wäre. Ach, hier ist noch ein Aussichtspunkt. Äh... Das wüsste ich dann wohl. Ähm... Aber ich find's trotzdem eine ganz geile Funktion. Find ich super. Und zum Thema Monetarisierung. Ich, wie gesagt, monetarisiere momentan keine Videos. Ich hab mir das mal überlegt, ob ich das vielleicht mal irgendwann bei Minecraft mal machen soll. Weil das ja ein lizenzfreies Game ist im Grunde genommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Meine Freunde. So, jetzt muss ich mal gucken. Ein Aussichtspunkt fehlt uns noch. Genau. Das ist der da oben. Den holen wir uns jetzt auch noch. Huaaaaaah! Dann haben wir sie nämlich alle. Ja, ja. Psycho-Viertel hier wieder. Es gibt das Nobel-Viertel, es gibt das Bürger-Viertel und es gibt das Psycho-Viertel. Yeah. So, da drüben ist wieder eine Wache. Wurfmesser. Anvisieren. Go! You didn't see it coming. Och nö. Toll. Bums. So, jetzt gibt's die auf die Fresse, meine Freunde. Die sind ja nicht so stark. Hey. Kaum sagt man's. Ja, ja. Du machst hier wieder mal eine auf dicke Hose. Nimm Penner. Ja. Ist okay. Ist okay. Beruhig dich. Du kriegst schon, was du brauchst. Kein Problem. Bam. War das jetzt eine Bürger-Retten-Mission? Ach ja. Oh. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ja. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Bla, 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 Mr. Freeman. Bla, bla, bla. Yeah. Cool. Das sah eben geil aus, das Bild. Alter, hier über die Schulter blicken. So. Halt die Klappe jetzt. Wurde schon so häufig vertrieben heute. Und vor allem auch abgetrieben. Da hinten ist eine Flagge. Die lasse ich jetzt immer mal links liegen. Ich will nämlich den Punkt hier haben. Aber ich glaube, hier wird es schwer hochzukommen. Wir lauschen den einfach mal. Hütten wir mal hier hoch. So cool sind die jetzt auch nicht, dass man denen unbedingt zuhören müsste. Alter, das Ding da oben blinkt echt dauerhaft rot. Und jetzt werden wir bestimmt gleich entdeckt und werden abgeknallt. Dann rage ich aber. Hey. Möchtest du schießen? Guck mal, ich bring deinen Kumpel um. Der gleichzeitig auch deine Mutter war. Hahahaha. Hahahaha. So. So. Hier hoch und synchronisieren. So. Und da es ja tatsächlich gegen Ende des Spiels geht, war das hier wohl der letzte Aussichtspunkt, den wir in diesem Let's Play erklommen und synchronisiert haben. Mit diesen ästhetischen Worten verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creek. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Guten Flug. Tschüss und haut rein.